Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Ich habe heute den Fall Klausowitz ausgegeben. You're about to view an interactive video. For this to work properly, it must be at a computer. Sie übernehmen als Kampfkommandant. Die Sicherung des Regierungswettels. Kehrt doch! Ich fange deine Befehl! Ich glaube! Go back to the beginning and try again. Uh oh! Run into trouble! Fuck out! Mein Führer bei einem guten Respekt gestanden sie die Frage, was soll aus den frauenen Kindern werden, den Tausenden von verletzen und den alten. Oh! Onkel! Die Leute, die Armee wird nicht zurückgenommen. Oh no! Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Griming Götze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Mein Führer, die 12. Armee erschiebt nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt werden! Mit der Fahrzeugverricht! Ja, 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 ja! Der Treu ist nicht der Treu. Wir müssen die Zivilbevölkerung schließen! Es ist für ganzes Kumpel! Und es ist alles, was ich mit der Nenung hätte! Ich kann nur die Erwände! Das war ein Befehl! Der Angriff Steuers war ein Befehl! Okay, das ist jetzt weird. Wer schickt sie? Sie ist ohne Ehren! Ja, 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 ja! Dann machen wir mit den Amerikanern Kippen. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum ein Mädchen kann man kaum ein Mädchen kann man doch... ...und so lange mit mein Messer ein Kabel hält! ...und so lange ...und so lange ich bin wie es macht ...und so lange die 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 Hahahaha Untertitelung des ZDF, 2020